Zu den Waffen, Menachorin! Boah! Sehr gut! Der Ab des Parakteriters Kann mir mal von innen So, wer hat da versucht uns anzugreifen Ah, egal! Das ist es, was auch immer Taven gesucht hat Es ist hier Wer kann es denn nehmen? Können wir es nehmen? Okay Welches Artefakt suchen wir jetzt? Hier ist was Können wir plündern Nehmen wir Ich finde das Artefakt Ich habe Kangen da jetzt getippt, dass es dort ist, aber... Ich wette, ich könnte das besser Oh! Ja, dann haben wir doch so eine Vorahnung, wie wir es bekommen Äh, ja... So, dann schauen wir mal die nächsten Was für ein Level haben die denn? Ah, 15 Das ist, äh... nett Ja, aber was verändern wir hiermit? Ja, aber was verändern wir hiermit? Ja, noch nicht... Wirklich etwas, was man bemerken kann Wir überleben halt nur... Die ganzen Umton wieder Okay Okay Kommen, damit es nochmal ein bisschen interessanter wird Der Widergänger Der Widergänger Meinst du Not? Hätten wir ja noch... Was? Oh, das sollte... Gehen Jo! Sehr gut! Ah! Jetzt kommen wir hier hin Gut Eladrin ist tot Hm... Entweder zu den Delish springen oder an die Kirche verkaufen Das ist ein Bericht über Rotkreuz Der Angriff der Elfen auf die Stadt war der Auslöser für den erhabenen Marsch gegen die Dales Taven hätte gewollt, dass die Delish ihn bekommen Ich denke der Bericht wäre auch für die Kirche interessant Okay Ich glaube wir können erst... Gucken wo wer ist wenn... Wir oben sind Sind wir nett und geben es den Dales oder... Kaufen wir es an die Kirche Gucken wo wir es an die Kirche getrachten Ich bin mir noch unsicher Bin mir noch unsicher Bin mir noch etwas unsicher Bin mir noch etwas unsicher Also ich bin mir noch etwas unsicher Oho Und ich bin mir noch etwas unsicher gut wem bringen wir es denn dass er direkt beim er kommen bringen wir uns in dälisch willkommen zurück ich freue mich euch wieder zu sehen ich weiß ich habe in die nahen handien etwas über rotkreuz in erfahrung gebracht wenn ihr bei den smaragdrebern war habt ihr dann teben und die anderen gesehen sie wurden getötet tut mir leid aber es überrascht mich nicht danke dass ihr mir die hier gebracht hat sie ist teil unserer geschichte und wir werden sie in ihre götter über euch wachen sehr gut aber die quest auch abgeschlossen das heißt wir gehen zur himmelsfeste und bereiten uns auf den finalen krieg vor ok gehen wir doch mal zum eisernen bullen alles in ordnung hoffe ich alles cool die meisten sturm wollen sind immer noch am tempel ich habe wohl eine verrückte schlacht verpasst wir unterhalten uns später um korypheus zu erledigen müssen wir vorher also einfach nur seinen drachen töten das wird ein kinderspiel wir sind gut darin irgendwelche drecksviecher zu töten nur noch ein weiterer großer kampf um diesen magister aus endgültig zu erledigen ich wusste hier würde das hinkriegen was es war mir eine ehre bohle fangt jetzt nicht so an das ist kein abschied wir werden diesen kerl in den arsch treten ok wenn du das meinst dass kein abschied ist also ich wüsste ja nicht ob ich das so einfach überleben würde aber deswegen bin ich auch nicht der eiserne bullen ne hallöchen hallöchen ach ok was haben wir denn hier Das braucht noch ein bisschen. Alles braucht sie noch ein bisschen. Gut. Ich hätte jetzt gesagt... Wir... Suchen nach ihm. Hinweis, hierdurch werden Ereignisse in Gang gesetzt, die zum Abschluss der Geschichte führen. Du kannst das Spiel zwar auch nach anschließendem noch fortsetzen, allerdings sind dann möglicherweise einige Inhalte nicht mehr verfügbar. Schließe deshalb alle wichtigen Aufgaben ab. Ich glaube, dass... Damit kommen wir klar. Denn so langsam wird es auch Zeit, Dragon Age Inquisition abzuschließen. Weil Korypheos Truppen zerschlagen sind, ist dies der ideale Zeitpunkt, ihn auch zu spüren, bevor er sich wieder erholen kann, um ihn zum Kampf zu zwingen. Es ist ja noch nicht das endgültige Ende von Dragon Age. Habt ihr gefunden, was ihr braucht, Morrigan? Ja, ich kann es mit dem Drachen des Magisters aufnehmen. Korypheos hingegen ist ganz allein eure Sache, Inquisitor. Ich freue mich schon darauf. Dann bleibt jetzt nur noch eines zu tun. Wir müssen Korypheos finden, bevor er zu uns kommt. Wir suchen schon nach seinem Stützpunkt, seit das alles begann. Ohne Erfolg. Sein Drache muss doch irgendwoher kommen und auch wieder dorthin zurückkehren. Was ist mit den tiefen Wegen? Wir könnten Osama eine Nachricht zukommen lassen und Gesandte anheuern, um... Anscheinend will Korypheos nicht länger warten. Er ist im Tal der Heiligen Asche. Entweder schließt ihr die Bresche erneut, oder sie verschlingt die ganze Welt. Aber das ist Wahnsinn. Würde sie nicht auch ihn töten? Wir haben keine Truppen, die euch begleiten könnten, Inquisitor. Wir müssen abwarten, bis sie aus der Arbor-Wildnis zurück sind. Ich nehme an, genau das war Korypheos Plan. Okay, wen nehmen wir mit? Kassandra, Varik und Solas. Wir bänden's so, wie wir's begannen. Ich nehme eine Räu. Ich nehme an, genau das war. Wir binden's so, wie wir's begleiten. Wir binden, das war das war. Wir binden's so, wie wir's begreiten. Wir binden's so, wie wir's begleiten können. Wir binden's so, wie wir's begleiten können. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sagt mir, wo ist euer Erbauer jetzt? Ruft nach ihm! Ruft seinen Zorn auf mich herab! Ihr könnt es nicht, denn er existiert nicht! Ich bin Korifeos! Ich werde euch aus dieser Lüge befreien, in der ihr gefangen seid! Verneigt euch vor eurem neuen Gott und ihr werdet verschont werden! Niemals! Wie ihr wünscht! Es endet hier und jetzt, Korifeos! So soll es sein! Ihr habt meine Pläne immer wieder erfolgreich vereitelt. Gut, aber lasst uns dennoch nicht vergessen, was ihr seid. Ein Dieb, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Ein Störenfried, ein lästiges Insekt. Hier werden wir nun ein für allemal beweisen, wer von uns der Göttlichkeit würdig ist. Ich bin der Auserwählte des Erbauers. Was denn? Komm schon, Korifeos, du jetzt mal nicht! Ich werde euch auf der Stelle vernichten! Oh! Sorry, Barrick! Bäh! Eigentlich nicht! Ich fühle dich echt ungerne sterben! Äh... Es reicht! Ich werde euch auf der Stelle vernichten! Kannst du mal aufhören, da oben dich zu verkampen? Ähm... Stimme, möchtest du vielleicht... Vielleicht... Komm, Korifeos! Komm mal lieber! Wir haben da ne nette Rechnung offen! Komm mal lieber! Au! Mit Dorian wärs noch einmal gewesen, aber... War klar, wie ich sie einen muss! Ähm... Das ist gut, Korifeos! Komm, Kassandra! Komm, Kassandra! Treten wir in seinen... Unsterblichen Hintern! Komm, Korifeos! Weißt du, was echt mies für dich wäre? Ich glaube, ich hätte da etwas, was dir echt wehtun würde, mein lieber! Okay, jetzt kommen wir da hoch! Solis, pass bitte auf dich auf! Waaah! Waaaah! Waaah! Waaah! Na gut Wolltest du es nicht an das Koryphäeus? Wie gefällt dir mein Anker? Du wagst es, einen göttlichen Avatar zu berühren? Oh, Morrigan? Untertitelung des ZDF, 2020